So Leute, ich hab noch mal die... Leute, ich hab noch mal die Making-of-Cam übernommen. Wir haben jetzt gerade ein paar Szenen von Ihnen abgedreht. Wir wechseln jetzt noch mal schön auf die Ronin. Den Ronin N. Die Ronin N. Den Ronin N. Wir wechseln uns noch mal auf den Ronin N. Schicke Teil. Dreh läuft bis jetzt super, wir sind erfolgreich. Die Ronin N. 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 Das hat ja erstmal nichts zu tun. Also ich geh ruhig so ein bisschen mit. Okay, cool. Und dann gehst du hoch oder gehst du? Wolltest du noch was bei der Getalle an? Ja, wir schauen gleich mal. Mach einfach mal, das wollen wir noch testen. Seh' den Eireus nach Ted Kivarほど interessiert. Etwa vorne, das ist ganz official. omba und aunque hat das schön mit der Nacht. Und invece kombiniert das gerät warriors drauf, dass wird diese Seite wiped aus. Eher euch beschubwassend. 수�oon kann ich dir ehrlich sagen, was nimmt churches? Fahrzeug du schon daran hat? Dass ich ihn gelooらbe gobe kann. Hochgeist! So, bei dir? Bei dir alles fit? Alles fit so, ey. Wir haben jetzt mittlerweile... Oh, ich will nicht auf dem Video. Oh, oh. Feine. Die ist der Junge, ja. Macht einen fetten Job. Wir sind noch ziemlich weit vorangekommen. Wir haben jetzt mich komplett abgedreht. Wir haben die Gruppenszen abgedreht. Ich glaube, wir haben jetzt drei Kameras am Start, oder? Zinnig fresh. Eine Fünfhutte, drei... Genau, wir haben vier Kameras am Start. Und ich habe gerade gemerkt, das Making-Of... Ich dachte mir so, das Making-Of braucht noch ein bisschen Footage. So, wir können mal zusammen in den Drehplan schauen, Freunde. So sieht der Drehplan für heute aus. Ist der auf Auto oder Auto? So, Freunde. Das ist der Drehplan für heute. Und das geht... Und das geht über vier Seiten, ne? Und da ist auch noch der Drehplan. Ich weiß gar nicht... Der Fokus ist auf manuell nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade unscharf bin. Aber, Leute. Das ist... Das ist ein Making-Of. Da darf man unscharf sein. Morgen kommt noch Jana dazu. Morgen drehen wir noch mal. Viele Grüße an dieser Stelle an Jana. Hast du gerade ausgemacht? Nein. Morgen ist noch ziemlich cool. Morgen kommen nämlich noch die Schauspielzähne. Wir haben heute alle... Fast? Fast alle Instrumentenszenen. Ich habe eben gesagt, wir müssen euch noch einzeln filmen. Morgen kommen die Schauspielzähne. Ich bin müde. Wie sollte es beim Filmemachen auch anders sein? Jetzt kommen. Und an dieser Stelle. In dem Making-Of. In dem Hauptvideo mache ich am Ende nochmal eine Dankesrede. Aber jetzt schon mal. Fetten, fetten Dank. Doch. Komm her. An Philipp. Schöner Deofi. Machst einen guten Job. Hast du jetzt wieder ein Foto mit dir? Ohhhh. Ich habe wieder ein 300mm-Foto bekommen. Was? Ja. Ja. Vielen Dank an dich auf jeden Fall. Vielen Dank an Matthias, der uns die tollen LED-Panels geliehen hat. Ziemlich teuer. Aber auch ziemlich geil. Serie 2.0 bis 2.0.1. Und bitte. Wentr préfosed auf, Da über diese müssen. Weil mithil frischend. Bis東 come. Cauch aipú. Mein wunderschöner powder. Dar uncle auch noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das macht es aber Spaß. Mega. One more light. Leute, an die linken Fakt-Fans von euch. Ich hoffe, euch geht jetzt das Herz auf. Ist zum Glück jetzt kein Copyright. Gott, ich finde das. Kannst du dir noch ein Fakt-Fans von euch machen? Ich will noch. Cool. Ja, mega. Ja, oder? Mega. Leggy Park. Ja, Küsschen. Hast du den Leuten noch irgendwas zu sagen? Macht Musik. Es macht Spaß. Das komplette Cover ist auf meinem Kanal. Das komplette Cover habt ihr ja schon gesehen um 12 Uhr bei ihm auf dem Kanal? Nee, nee, nee. 12 Uhr in drei Jahren. Ja. Ja, kommt auch irgendwann. Das ist echt genial auf dem Thumbnail, weil Frau Clickbait bringt Clicks. Ja, stimmt. Leute, auf jeden Fall. It's a wrap. Das war der erste Drehtag von zwei und ich glaube, wir waren ziemlich erfolgreich. Eigentlich war es ja der zweite, oder? Eigentlich war es der zweite, aber ja, den ersten Drehtag, die Story, haben wir ja eh mal Zeit. Wir sind alle ziemlich müde. Eigentlich nicht. Eigentlich ganz. Hier ist der Grund. Eigentlich sagt man das schon wieder laut. Irgendwie bin ich nicht müde. Leute, auf jeden Fall. Morgen ist der zweite Drehtag mit Jana und noch eine zweite Person. Auf jeden Fall. Das war der erste Drehtag. Leute, wir sehen uns zwar morgen wieder, aber eigentlich ist das ganz gut. Bis dann. Auf jeden Fall. Oh! 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 Ja, das war raus! Okay, das war richtig. Oh! Ja, das war richtig. Also, lust wenn du das riechst. Ich war das nicht. Oh! Das Video geht an die Versicherung. Hey, guck jetzt überall Löcher, ja? Ja. Passt so schlimm. Anzeige ist raus. Ups. Also dann so. Kommt das jetzt unter dir hochricht Florian Pelser will ganz nach oben hinaus? Nein, der ist nicht abgehoben oder so. Leute. Die allerletzte Szene dieses Musikvideos. Hör mal. Die meiste Zeit beim Filmemachen ist warten. Weil Licht muss umgesetzt werden. Die Mittelfinger müssen abgeschnitten werden. Schon ein bisschen traurig, oder? Dass das jetzt die letzte Szene ist. Alles ist nicht widenged. Ich bin auf die Zähne. Der Film vor den Filmemachen ist das. Danke. Das ist schon mal. Ne, was? Hallo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.